Hallo ihr Lieben, die Magie des Glücks. Was ist das und wie geht das? Hole dir das Glück in dein Leben. Mache mit mir das Experiment und wir wandern zusammen auf dem Weg zu dir selbst. Dann wirst du feststellen, was Glück für dich bedeutet und dass du es dir holen kannst in dein Leben, ob im beruflichen oder im privaten. Dazu gibt es ein wesentliches, ganz einfaches Vorgehen. Das Wandern. Beim Wandern kannst du Schritt für Schritt alle deine negativen Gedanken und Sorgen auflösen. Positive Gefühle haben plötzlich größeren Raum. Suche dir dazu eine ruhige Gegend aus, dort wo du dich wohlfühlst. Das kann auf einem Weg am Rande eines Sees sein, am Meer, auf einem Feldweg, im Wald oder in den Bergen. Ruhe und Gelassenheit dringen in dich. Es ist so, als würdest du in eine Art Trance fallen. Ein Hochgefühl der Freude und des Glücks. Bei diesem, deinem Weg, bist du draußen in der Natur und du siehst die Weite des Weges, den du gehst. Suche dir einen schönen Platz, wo du dich wohlfühlst und kehre in deine innere Mitte, um in deine Meditation abzutauchen. Finde zu dir selbst, während die Zeit um dich herum stillsteht. Danach kehre in deine Gegenwart zurück und nimm den Wanderweg wieder auf. Erfreue dich mit deiner Freude am Leben und des Glücks, mit deinen liebsten Menschen. Im zweiten Teil des Videos über die Magie des Glücks, zeige ich dir, wie du den Schritt in eine Meditation gehst. Inzwischen wünsche ich dir viel Freude auf deiner Wanderung ins Glück. Herzlichst, eure DERIA